Oh nein, 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 nein. Olivia. Olivia. Was ist passiert? Sie ist runtergefallen. Sie kann doch nicht einfach so da runterfallen. Oder sie wurde gestoßen. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr Genick ist gebrochen. Ich kann nichts mehr für Sie tun. Es tut mir leid. Kapitän, verständigen Sie die Polizei. Und welche Polizei soll ich verständigen? Wie, welche Polizei? Wir sind mitten auf dem Meer, genau zwischen Los Cabos und Mazatlan. Das sind zwei verschiedene Zuständigkeiten. Ich weiß nicht. Wir sitzen jetzt hier. fortune quell. ああ. Nein. . Nein.